Ich bin immer noch auf der Mission, alle Achievements in Minecraft zu sammeln. Und das letzte Mal habe ich alle Monster getötet. Und heute werden wir uns um zwei weitere Achievements kümmern. Und zwar ist das Ziel, Not Quite Nine Lives und Serious Dedication abzuschließen. Dafür muss ich allerdings noch die nötigen Ressourcen farben. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal zurück zu meiner Base. Jo, ein Cherry Blossom, Alter. Nice. Lass einfach mal so ein Bound mir mitnehmen. Weil, warum auch nicht? Oh mein Gott, weil da ein Creeper steht. Ja, das sieht doch aus wie von mir. Aha. Da sind wir doch. Sehr schön. Dann sortiere ich erstmal schnell den neuen Stuff in die Kisten ein. Und dann gucken wir mal, wie wir einen Respawn Anker craften können. Aha. Crying Obsidian und Glowstone. Glowstone habe ich tatsächlich. Nice. Crying Obsidian fehlt einfach ein Stück. Ja, moin. Wir brauchen außerdem noch Glowstone zum Chargen. Und dafür braucht man, glaube ich, vier. Also nehme ich nochmal vier mit. Ich glaube, hier müsste irgendwo ein Ruined Portal gewesen sein. Und da kriege ich ja Crying Obsidian her. Aha. Bruder, hier ist kein Crying Obsidian. Digga, wenn man das einmal braucht, das Zeug. Ich schwöre, ne? Das ist crazy. Oh mein Gott! Das ist krass. Na ja, erstmal zurück und craften. Gut, dass ich da oben mal einen hingestellt habe. Ich glaube, das Teil kann tatsächlich nicht explodieren. Blub. Ah, okay. Wenn ich sterben würde, würde ich jetzt wahrscheinlich hier respawnen. Ich werde aber nicht sterben, von daher können wir es jetzt leider nicht testen. Also würde ich sagen, ab zum nächsten Achievement. Und das müssen wir auch im Nether machen, denn dafür brauche ich Netherite. Und das finde ich hier unten. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier unten mal ein bisschen was ab. Oh ja, moin. Hier ist direkt schon eins. Geil. Nice. Das ist Nummer eins. Wir brauchen insgesamt vier davon. Jo, let's go. Aha. Yes, das sind zwei. Let's go. Da das gerade so gut läuft, hole ich mir lieber noch ein paar mehr. Ich bin jetzt fünfmal in Lava gelaufen. Nee, ich gehe heim. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, ich hätte eigentlich nur eins gebraucht. Aber auch gut. Jetzt haben wir es so gefarmt. So, erstmal duplizieren wir das Ding. Wir wollen das ja nicht verlieren. Äh. Hallo? Bro, ihr habt's falsch. Äh, das. Sorry. So, dann packen wir mal die vier in unseren super duper Schmelzer und gucken, ob was Nüssliches bei rumkommt. Oh. Er hat drei Öfen angemacht. Und einen mit zwei. Das ist unoptimal. Das heißt, der ist hier noch nicht schnell genug. Aber okay, wir werden es rauskriegen. Also von da an passt alles. Da haben wir drei. Perfekt. Und jetzt muss das eine halt hier nochmal drückschmelzen. Das ist das Problem. Weil dadurch dauert es dann länger. Guck mal, mein Fortnite hat zwei Prozent aktualisiert. Was ist das? Top. Da haben wir alle vier. Dann brauchen wir natürlich noch vier Gold machen. Und dann craften. Oh. Ich habe einfach noch nicht mal eine Hake gemacht. Das heißt, das müssen wir auch noch tun. Zack. Serious. Dedication. Let's go. Ich würde sagen, das war es dann noch heute schon mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Sorry, dass es heute so kurz war. Aber lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Ciao.